Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr Kategorien bei Shopify hinzufügen könnt. Dafür geht ihr erstmal auf das Mailmenü und drückt ganz unten auf den Punkt Add Menü Item. Dann könnt ihr nun einen Link hinzufügen und so die Kategorie hinzufügen. Ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen und würde mich über ein Like und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.